Yo, servus Leute, jetzt für mich eine ECE Durchfahrt in Langenseebold, aber ihr seht ja, der ECE 4 ist kürzer. Schaut mal. So, ganz kurz ist der. Schaut mal Leute. Hier könnt ihr ihn noch sehen. So kurz, ey, war der und fährt in Richtung Niedermittlau. Wenn euch mein Video gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch oder abonniert mich oder schreibt es mir in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.